Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns anschauen, wie ein Kaufvertrag abgeschlossen wird. Grundsätzlich ist es so, dass für den Abschluss eines Kaufvertrags ein Antrag und eine Annahme vorliegen müssen. Beides sind Willenserklärungen, die von zwei Personen abgegeben werden und diese müssen natürlich inhaltlich übereinstimmen, damit ein Kaufvertrag zustande kommt. In der Praxis wird ein Vertragsabschluss häufig durch eine sogenannte Anfrage eingeleitet. Ihr müsst euch merken, dass eine Anfrage keine Willenserklärung, also auch kein Antrag ist. Eine solche Anfrage dient dazu, dass der Verkäufer ein Angebot abgibt. Und nun gehen wir zunächst einmal davon aus, dass der Verkäufer auf die Anfrage mit einem verbindlichen Angebot reagiert, das unbefristet ist. Und dies ist dann der Antrag des Verkäufers. Der Käufer kann dann auf dieses verbindliche Angebot mit einer Bestellung reagieren, das ist dann die Annahme. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass uns ja ein unbefristetes Angebot vorliegt und da gibt es eine Besonderheit, denn die Bestellung muss während der Bindungsfrist des Angebots erfolgen. Achtet auf den Unterschied, bei einem mündlichen Angebot muss der Käufer sofort mit der Bestellung reagieren, bei einem schriftlichen Angebot innerhalb der üblichen Annahmefrist. Und das bedeutet dann hier, dass der Käufer die Bestellung innerhalb der Zeit abgeben muss, innerhalb der man mit einer entsprechenden Annahme rechnen kann. Liegt also ein verbindliches Angebot durch den Verkäufer vor und reagiert der Käufer mit einer inhaltlich übereinstimmenden Bestellung während der Bindungsfrist des Angebots, ergibt sich ein Kaufvertrag. Jetzt müsst ihr auf die nächste Besonderheit achten. Reagiert der Käufer mit einer Bestellung nach der Bindungsfrist oder weicht die Bestellung inhaltlich vom Angebot ab, liegen natürlich nicht zwei übereinstimmende Willenserklärungen vor. Und jetzt müsst ihr beachten, dass die Bestellung des Käufers zu einem Antrag wird. Das führt nämlich dann dazu, dass der Verkäufer, der das Angebot abgegeben hat, die Angebotsbedingungen einhalten kann. Er kann also die Bestellung annehmen, das muss er jedoch nicht. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dem Verkäufer die Bestellung des Käufers zugeht und diese Bestellung dann aus den genannten Gründen ein neuer Antrag ist, dann kann der Verkäufer ja wiederum darauf reagieren, indem er zum Beispiel die Kaufsache wie bestellt liefert. Und jetzt erkennt ihr sicherlich, dass hier wieder zwei übereinstimmende Willenserklärungen vorliegen. Und wenn die Lieferung durch den Verkäufer fristgerecht erfolgt, ergibt sich wieder ein Kaufvertrag. Eine zweite Möglichkeit, auf die Bestellung des Verkäufers zu reagieren, wäre dann, dass der Verkäufer eine Auftragsbestätigung abgibt. Wenn diese Auftragsbestätigung dann inhaltlich mit den Bestellangaben übereinstimmt, ergibt sich auch bei dieser zweiten Alternative wieder ein Kaufvertrag durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Dann ändern wir die bisherige Situation jetzt ein wenig und zwar gehen wir von einem verbindlichen Angebot aus. Diesmal befristet der Anbieter jedoch sein Angebot. Das heißt also, man kann aus dem Angebot erkennen, dass der Verkäufer sich an die angebotenen Bedingungen nur für eine bestimmte Frist halten möchte. Wenn nun der Käufer wiederum mit einer Bestellung während dieser Bindungsfrist reagiert, liegen wieder zwei inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen während der Bindungsfrist vor und es kommt ein Kaufvertrag zustande. Nun gibt es bei Angeboten eine Besonderheit, nämlich ein sogenanntes unverbindliches Angebot. Und wie man aus dem Begriff unverbindlich bereits entnehmen kann, handelt es sich dabei nicht um eine Willenserklärung, also auch nicht um einen Antrag des Verkäufers. Ein Angebot wird unverbindlich, indem man in das Angebot sogenannte Freizeichnungsklauseln aufnimmt. Durch diese Freizeichnungsklauseln, also durch diese Angaben im Angebot, können dann die Bedingungen, die im Angebot genannt werden, komplett ausgeschlossen oder teilweise ausgeschlossen werden. Und jetzt müsst ihr wieder darauf achten, dadurch, dass hier ja ein unverbindliches Angebot vorliegt und dies also keine Willenserklärung darstellt, wird der Käufer durch das unverbindliche Angebot aufgefordert, wiederum zu reagieren. Er könnte hier zum Beispiel dann auf das Angebot mit einer Bestellung reagieren. Und diese Bestellung wäre dann die erste Willenserklärung, nämlich der Antrag. Und damit ein Kaufvertrag zustande kommt, muss der Verkäufer dann wiederum mit einer Annahme reagieren. Das könnte dann zum Beispiel die Lieferung der Kaufsache oder die Zustellung einer entsprechenden Auftragsbestätigung sein. Denn in der Auftragsbestätigung, das kann man ja dem Begriff entnehmen, bestätigt er dann dem Käufer den Empfang der Bestellung und die Annahme dieser Bestellung. An der Stelle muss man jetzt wieder etwas Besonderes beachten, denn bei einem unverbindlichen Angebot, das haben wir ja gerade gesehen, handelt es sich also grundsätzlich ja nicht um eine Willenserklärung. Und deswegen sprechen Juristen auch eigentlich nicht von einem Angebot, sondern von einer sogenannten Anpreisung. Eine solche Anpreisung liegt also immer dann vor, wenn ein unverbindliches Angebot vorliegt. Wie gesagt, der Anbietende bindet sich ja hier nicht, es liegt keine Willenserklärung vor. Eine solche Anpreisung ist dann eine Aufforderung zur Abgabe eines Antrags. Das bedeutet also, der Verkäufer gibt ein unverbindliches Angebot, also eine Anpreisung ab und er hofft sich darauf, dass der Käufer darauf reagiert. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass im Gegensatz zu einem verbindlichen Angebot, der Verkäufer sich also mit der Abgabe eines unverbindlichen Angebots zu nichts bindet. Solche Anpreisungen finden wir in der Praxis dann zum Beispiel, wenn Verkäufer Ware im Regal ausstellen oder im Schaufenster. Weitere Möglichkeiten sind dann aber auch die Werbung für Waren in Prospekten, aber auch die Anpreisung in einem Webshop. Und jetzt achtet mal darauf, denn viele vertun sich hier. Bei diesen vier Beispielen kann man nämlich erkennen, dass es sich immer um Anpreisung handelt und nicht um Angebote, das viele leider denken. Also achtet noch einmal darauf, auch wenn man häufig sagt, ich habe ein Angebot in einem Webshop gefunden, dann handelt es sich dabei juristisch nicht um ein Angebot, sondern um eine Anpreisung. Und wie gesagt, durch diese Anpreisung erhofft sich der Verkäufer dann, dass der Käufer dann mit einer Bestellung reagiert. Und diese Bestellung, das haben wir ja schon gesehen, ist dann wiederum der Antrag, also die erste Willenserklärung. Damit ein Kaufvertrag entsteht, muss dann also der Verkäufer entweder auf die Bestellung mit einer Lieferung der Kaufsache reagieren oder indem er dem Käufer klar macht, dass er die Bestellung annimmt, also eine Auftragsbestätigung abgibt. Und dann habt ihr jetzt die wichtigsten Zusammenhänge im Zusammenhang mit Anträgen und Annahmen beim Kaufvertrag verstanden. Am Ende des Videos weise ich euch jetzt aber noch auf eine Besonderheit hin. Die kann nämlich in der Praxis auch schon einmal vorkommen. Und zwar liefert in diesem Fall der Verkäufer eine Kaufsache an den Käufer, obwohl dieser sie zuvor nicht bestellt hat. Man nennt das dann eine Lieferung unbestellter Ware. Das könnt ihr euch in der Praxis so vorstellen, dass Verkäufer tatsächlich hingehen und beliebigen, potenziellen, also möglichen Käufern einfach Ware liefern. Eine Möglichkeit wäre aber auch, dass der Käufer eine bestimmte Menge bestellt hat und der Verkäufer dann zu viel liefert. Und die über die bestellte Menge hinweggehende Menge wäre dann ja eine Lieferung unbestellter Ware. Jetzt müsst ihr nämlich beachten, dass es sich bei dieser Lieferung unbestellter Ware um einen Antrag handelt. Und jetzt haben wir ja in diesem Video gelernt, dass hier durch zunächst einmal kein Kaufvertrag zustande kommt. Der Käufer müsste ja auf den Antrag mit einer Annahme reagieren. Und an der Stelle müsst ihr wieder eine Besonderheit beachten, denn die Annahme würde hier durch schlüssiges, sogenanntes konkludentes Handeln des Käufers erfolgen. Das bedeutet nämlich in der Praxis, wenn der Käufer die Ware zum Beispiel in Gebrauch nimmt oder den Kaufpreis zahlt, dann kann ja der Verkäufer erkennen, dass der Käufer den Antrag angenommen hat. Ihr müsst euch also merken, dass hier durch schlüssige Handlung des Käufers ein Kaufvertrag zustande kommt. Das ist nämlich deswegen wichtig, weil kein Kaufvertrag kommt natürlich durch Nichthandlungen zustande. Das ist auch ein wichtiger juristischer Grundsatz, denn wenn jemand nicht handelt, liegt ja keine Willenserklärung vor. Denkt daran, eine Erklärung muss ja immer mündlich oder schriftlich erfolgen oder durch schlüssiges Handeln. Das bedeutet denn nämlich in diesem Fall, dass der Käufer die Ware zum Beispiel nicht unaufgefordert zurücksenden muss. Ja, dann habt ihr jetzt alles Wichtige im Zusammenhang mit dem Abschluss des Kaufvertrags gelernt. Wenn ihr das Ganze nochmal üben wollt, dann schreibt mir einfach. Ich stelle euch Übungs- und Arbeitsmaterial zur Verfügung. Das wisst ihr ja, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.